Bahn 3, Lili Nägeli, LC Uster, Bahn 4, Paula Gern, TV Muttens Athletics, Bahn 5, gemeinsam Sibylle Ruecker, LC Scharnachtal und Sonja Andenmatten, LV FISB. Auf Bahn 6, Christina Reichelt, LC Basel. Bahn 7, Caroline Druh, LV Wettingen-Baden und Sarah Maria Vogel, TV Nathers. Und auf Bahn 8, Valentina Rosamilia, BTV Ahrer. Die Spitze übernimmt Valentina Rosamilia vom BTV Ahrer. In Führung Sonja Andenmatten. An zweiter Stelle Valentina Rosamilia. Durchgangszeit 67. Applaus An zweiter Stelle Valentina Rosamilia. An zweiter Stelle Valentina Rosamilia. Valentina Rosamilia, dann Sonja Andenmappen und Lilia Lili-Nägerli. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.